Vivantes ist einer der größten kommunalen Arbeitgeber Berlins. Dieser Verantwortung sind wir uns täglich bewusst. Wir sind stolz auf das, was unsere Beschäftigten Tag für Tag leisten. Vivantes bietet bereits heute attraktive Arbeits- und Vergütungsbedingungen und baut die Angebote für ein lebensphasengerechtes Arbeiten kontinuierlich aus. Unseren Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften decken wir schon heute zu einem beträchtlichen Teil über unsere eigenen Ausbildungskapazitäten. Dennoch wollen wir die Zahl der Ausbildungsplätze in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Für unsere Führungskräfte bieten wir umfangreiche Weiterbildungskonzepte und Führungsprogramme, um unsere Attraktivität als Arbeitgeber kontinuierlich weiterzuentwickeln.